so leute heute machen wir ein bisschen questy questy also wir werden hier geheime fracht jetzt machen danach sommerurlaub und dann werden wir uns den luftschwacken stützpunkt angucken danach erstmal machen wir die zwei sachen und dann gucken wir uns den flughafen an wo mich in der meinung ist da werden wir ordentlich aufs fressbrett bekommen wir werden sehen schauen wir mal ja erstmal den controller hier loswerden den brauche ich jetzt nicht widerstand des zwecklos lang lebe der maschinengott geiler titel dankeschön mädchen so fertig rühren wir den kaffee ne wir haben ja gestern alles gemacht ne eigentlich können wir gleich los gegner ne ne hier sind keine mails also hier fliegt manchmal einer hier unter dem unter dem baum aber ansonsten beng beng knall tot stop it stop it stop it und geht noch rechner oder schon heiß gelaufen kickfresh ist gerade disconnected vom server war es auch kurz weg also alles war weg alles war weg ok was 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 Und ich seh was Eigentlich so nach Join Day Ich glaube nicht Ich weiß nicht ob ich jetzt Nur mit Einladung Jeder Ja ich kann leider nicht einstellen Nur Freunde oder sowas Oder ich halt nur Freunde machen Weißt du Also geht nur per Einladung Ja ansonsten würde ich halt Per Freunde machen So dass alle die meine Freundesüster Könnten dann halt drauf Join Was ist hier schon wieder los? Strod So weißt du did ich starte mal meinen rechner neu also hier seht ihr hunter hunde also drei hunter zwei hunde drei hunde vier hunde und ein sammler da brauche ich jetzt nicht hin drinnen oder ich höre doch hier rechts auch noch was rumlaufen ja nein ist gleich zwei sammler nebeneinander oder was wie viele gegner wollen die denn spawnen? 50? bei den geilen bug den sie gerade haben aber es sieht schon geil aus ne mit dem thermal view hier das sieht schon echt geil aus da kommen so richtig alien vs predator feelings ja aber wir warten aber kurz ne bis der svenny wieder da ist vielleicht installiert er ja gerade den alten grafik treiber wieder also da unten ach das ist gar kein sammler das ist ein tank da unten ist ein tank und da drüben sind zwei sammler das ist der sonder wo will der hin? will der in die werkstatt oder was los? muss man die dunklen sachen angreifen minchen? weil es sieht nämlich so aus dass wenn man das sehen kann die schwachstellen unten die die waffe ne ist schwarz ja und diese dinger wo die wo die kabel dran sind sind auch schwarz und zwischen waffe und kopf da ist auch noch so eine schwarze stelle und die innenseite der beine sind auch schwarz aha man kann das richtig sehen das ist ja cool der sammler hat seine arme und hinten die komischen dinge das ist ja geil wo will der denn hin sag mal der will wirklich in die werkstatt wa? kaputt machen? ja den tank oder was? ja in die richtung muss man nicht ok wo soll man es parat? oder wird es der lauf? ja ne das stückchen kann man ruhig hinfahren ok er hat wieder ein reimer reimer krach let's go ja es geht los go ja go Oh bin ich zuhause Wir fahren schon mit dem Fahrrad und dann ist das immer noch so weit weg oder fahren wir gerade dran vorbei Na gut Wollte eigentlich gerade woanders hin, na gut dann fahren wir erstmal da lang Er hat die ganze Zeit in die falsche Richtung gefahren Ja ich bring hier mal ein bisschen was mit Mal gucken wie weit sie mitlaufen So Na ja. So, noch ein Scheißhund. 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 So, was haben wir denn hier? So, noch ein Scheißhund. Schrottteile oder was? So, noch ein Scheißhund. 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 einfach rein spawnen alter das war doch auch oben war von der bewegung weit auf die entdeckung gut damage schon weil die so schnell schießt also da ist irgendwas aufgehoben ja habe ich mir die kriegt dann sind wir hier sofort draußen gespawnt ohne rücksicht auf verluste weißt du komm nicht von außen spon nicht nein die spon direkt oder in der nase ja das hat er gemacht da ist eine kiste alles klar was sagt sie in die quest jetzt die sagt wieder zurück zum unterschlupf dann machen wir doch oder? ja musst du wahrscheinlich abgeben was du gerade eingesammelt hast ein joypad eingesammelt ein joypad? ein joypad bringe alexanders joypad zu keynets sagt ja oh um gott ja ist schon abgeschlossen ich mein danke gar nix ich mein hier du kannst meine sniper 5000 haben epic level gar nix? nee der hat ihn in der hand den misch jetzt mal weg den nimmst den reißt du jetzt aus der hände raus ja? ja ja alles klar jetzt nur wenn ich den anschieße geht was? ach ich glaube nicht dass das geht ok ich hab grad schaden gekriegt von uns du hast schaden gekriegt feuer schaden habe ich hier irgendwie hier brennt da aber nix ach da unten am eingang bei der tür ja ja da ist feuer irgendwie keine ahnung man sieht es nicht aber du wenn du da in einer bestimmten ecke bist oder an einer bestimmten stelle da vorbei rennst kriegst du feuer schaden warum auch immer äh äh was machen wir denn jetzt? geheimer Fracht ne? geheimer Fracht ja genau da wollte ich eigentlich zuerst hin aber irgendwie bin ich falsch abgewogen der redet mal neu einloggen mit berП hinter den verschollenen konvollen aber dann ist schon mal gewissen nicht jetzt hätten wir ja die mission gleich mitgemacht ja stimmt ich störe die aktivierten maschinen das war's habe ich hier gesamtverteidigung suche den bauernhof extra mark blaue autogymatik wf4 drei stück ich krieg die mal drei stück drei sammler mit zwei sammler und ein tank ich habe schon angekriegt bei kirchstante und wo drauf geschossen hat beweise vernichten wenn er böse können wir gegen kloppen nicht unbedingt hast du gehört wir machen jetzt zum urlaub zu machen aber zuerst gemacht hat sich im urlaub wie gesagt ich bin in falsche richtung gefahren tatsächlich würde ich jetzt erstmal hier hingehen und von da aus nach rechts zu den kleinen haus und von da aus nochmal dann richtung flugfeld also entweder reiten wir dran vorbei oder wir kämpfen ich schwache okay gerade bist du gestorben Adrenalin spritze benutzt Nein, ich bin gegen Auto gefahren. Sicher? Weil ich habe nämlich gerade kurz den Totenkopf gesehen. Bist du sicher? Echt? Ja, ich habe 100 Punkte noch. Okay, nee. Das hat sich auch gar nicht so angehört, weil du lagst auf dem Boden und dann auf dem Boden und dann standst du wieder. Okay. Ah ja, ich will. Na gut, probieren wir es mal. Klippen! Aua. Okay, du willst kämpfen, so wie es aussieht. Man, wechsel doch mal auf die Dinger drauf hier. Greift mal da hin. Alter! Scheiß Gas. Ja, ich helfe uns. dann wechsel doch mal wechseln was soll man mir dazu jetzt sagen ich schmeiß da schon extra die scheiß Leuchtdinger hin und dann krieg ich trotzdem noch die Fresse und dann krieg ich die Fresse und dann krieg ich nicht mehr die leichen sind sowieso weg oder so 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 Was ist mein Fahrrad? oder? holy shit ey ja komm wir fahren jetzt hier hoch wir zum flugplatz eins ins 2 2 3 7 6 7 Falten! Falten! Der ist alleine! Wir haben eine Chance! E? Der anderen? E? 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 Wie soll ich denn noch die vier drücken? E? D? E? 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 Das war's. Okay. Nach dem Review des vorliegenden Materials war Sven tatsächlich kurz tot. Vorhin auf der Straße, sag ich doch. 188 Vollmantel-Munizionei. Liegt da drinnen für dich oder was? Ja. Und ne Weste. Explosionsfeste Weste blau. Ja, was bringt mir bitte? Wenn ich erst grün und grau brauche vorher. Weiß ich mal. Ja. Oh, Fahrrad. Nicht da. Oder? Ah, doch. Ich krieg hier nur auf den Sack von dem Spiel. Äh. Zwei Waffen. Zwei Waffen. Zwei Waffen. Zwei Waffen. Zwei Waffen. Ist das dir gefällt, Mensch? Aber mir gefällt das gar nicht! So ein Sackkriege Untergrundbogener, hä? Sind wir doch nochmal ganz woanders, oder was? Gerade stand doch hier zwei Waffen, oder nicht? Ich bin nicht verarscht Vier Waffen, ein Sammel, eine Antenne, eine Mission Ja, dann müssen wir dann irgendwann nochmal zurück Mal dahin gehen wo die zwei Waffen sind Ja Sind hier so riesig, ey Wie kommen die LKW da rein? Na da hinten durch die Tür siehst du die nicht? Ach, wo gehen wir lang? Ja, das ist die Frage, ne? Also hier haben wir einen Weg, den ich gesehen habe Oh, was ist die hier? Einmal im Kreis, oder was? Ja Da hinten, ohne Worte Ok, da hinten steht nur Nummer 3 Ok Gucken, ob der bei den anderen Sachen ohne Worte steht Nummerntechnisch meine ich jetzt Wir gucken mal nach dem Fahrstuhl, oder sowas, München Einen Moment Also wenn, dann müsste man das natürlich auch so bauen, dass es auch Sinn macht, ja Treptonen Treptonen Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Hier ist eine Sackgasse Wie sieht es denn hier aus? Wie willst du da Lagerplatz? Hier ist es eine Sackgasse Und dann sollte ich hier noch die Orientierung halten Da ist auch eine 3 Wahrscheinlich derselbe Gang Dann ist noch ein Düsenjet Kein Strom Ich würde auch erstmal keine Tür hier aufmachen wollen Okay, da haben wir die Nummer 2 Nix Hier haben wir noch ein Düsenjet So, da hinten haben wir eine kleine Tür Hier haben wir noch ein Düsenjet Ja, aber irgendwo muss da also eine Art Fahrstuhl sein Oder sowas Oder irgendwo ein Tor, was sich öffnen müsste Sven, ich höre dich nicht mehr Falls du mit uns redest Mach mal dein Mikro wieder an Okay, okay Okay Wie gesagt, Türen erstmal zulassen Hier ist noch ein Weg In 27 München bekommt Türkei auf den Sack Gegen wen spielen sie denn? Stimmt, der ist ja hier Fußball, ne? Guckst du da überhaupt EM? Nö Ich guck die Highlights Es sei denn, komm ins Finale Und dann guck ich natürlich das Finale an Ah, ok Italien Aber hier, München, siehst du? Hier ist ein Eingang Eingang gefunden Man muss nur die Kisten wegräumen Und schon kann man hier rein und raus fahren Nix Und dann geht's Und dann geht's Wollen Sie erst mal hier draußen? Wir können auch gerne erst mal draußen gucken, ja, aber auf jeden Fall ist hier so eine Art Hanga, also hier kann man auf jeden Fall rein wieder, wo ist denn das auf der Karte ungefähr, okay, dann markiere ich das mal hier auf der Karte, wenn ich dazu komme. Okay. Kann ich den Moni gar nicht mehr wechseln, oder was? Kannst du nicht, oder was? Zirkelarmu-Typ steht bei mir hier, in Klammern. Ohne, vergesst mich übersetzen, oder was? Was für eine Anmution? Zirkelarmu-Typ. Hm, keine Ahnung. Sorgt mir jetzt nix. Von der Meinung ist dann Panzermuni eingepackt. Melvies. Oh, Melvies, weil du jetzt dann wirklich eingepackt hast. Statt ich die Panzerbrechen kaputt gemacht habe und die Vollmantel eingepackt, das kann ich dir nicht zutrauen. Kalik dir auch zutrauen, ja. Ich lege gerade ein bisschen übel. Ey. The hell? Weil hier wahrscheinlich zu viel Zeug ist, oder so, keine Ahnung. 15 PS HP. 15, ja, nice. Oder Crashed mein Spiegel ist wieder. Das kann ich dir nicht sagen. Ah, jetzt geht's. Vielleicht pass' auch nur einen Schluck auf. Alles ist möglich. Anything can happen in the World Wrestling Federation. Of what? Das hängt da hinten, ne? Das ist wieder so, ja. Ja, ja. Vielleicht könnte man noch einen weglocken. So, dass man nicht gegen beide gleichzeitig kämpfen muss. Ey, ey, ey. Der war ja schön. Kann los. Das ist vielleicht die Umgebung. Zu viel Action. Zu viel Shit auf einmal. Kommt doch nicht mit klar. Ja. So, was bedeutet das? Hier ist ne Kiste. Ey, ne kleine oder was? Oder ne große? Ne, ne grüne. Ja. Ja. Mit so'n Dreieck drauf, ja. Sonst ist hier nix. Mal gucken mal kurz, was hier noch so rumringt. Also, wir haben da eh nen Tank. Der zweite steht bloß rum. Der macht gar nix. Da hinten seh' ich noch nen Hund. Ja. Ja, Tank und Hund. Weiß nicht, ob man den locken kann, oder was? Jetzt. Ich mach' aber eine Focke. Diese Idee, die hatte ich gerade auch. Aber ich würde zwar schon hier so hinschmeißen. Nenni. Sonst entdeckt logisch. Hat er nicht gesehen. 第一 reine. Da ist noch nicht sicher. ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo, wechseln Ja, genau, Alter Damage ja manchmal auch raus heute Ja, genau, Alter Damage ja manchmal auch raus Ja, genau, Alter NHP habe ich nun noch Okay Ja, genau, Alter Okay, gut Okay, gut Okay, gut Okay, gut Okay 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 Is down Okay 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 Kiste Ja Zwei Kisten Nur Zwei Muni Kisten Bobby Oh Ist nicht euer fucking ernst Oder guckt mal Jetzt werden die verarschen mich Zufassen Zufassen Und das hat er auch nur vollem mantel ich habe mit panzerbrechner geschossen nicht mit vollem mantel Schönen kann man so so lange dort Da hat er entschuldigen Sven was Ja Mönchen hat er oder jazmin hat er gesagt hier soll Sollen wir jetzt angst haben Wo ist denn hier was Meinst du die zwei tanks Ja Ja vielleicht auch drinnen ne im bunker Mal gucken Kommt noch Guck mal hier spannend Vielleicht drei Sammler weißt du Die dann alles vollspawn Alter der hat hier Messer Aber kann man leider nicht nehmen Bei dir zwei Küchenmesser Als Waffe Kann man leider nicht nehmen Oh viele Kanaten hab ich bei Ich hab gerade 16 verballert ey Ich steige Die 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 Um, um, um. so ein geräusch gehabt als wenn im wasser fällt hast du die andere eigentlich auch eingesammelt wollen eine grüne eine blaue schall gedämpfte für gewehre die ja ich gleich ranule bau das hört sich aber vorher nicht an oder? oder diese plane? hat sie so plane? waffen... waffen 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 wandert ja gewirkt Manfred ist am Start. Der heißt Manfred? Ich dachte es war ein Geibchen. Ja, so kann man sich irren, siehst du. Hier ist eine Hand. Waffe? Well played. Siehst du Nippel? Siehst du Fell? Guck mal hier wieder raus. Ich hole noch mal eine Waffe. Kommen wir nicht raus? Was? Bist du? Du musst gucken. Wo? Hier. Komm mal. Warte mal. Okay. Und hinten, da komm ich ja auch nicht raus. Ne. Aber hier liegt halt eine Waffe unten. Hm? Okay. Dann komm ich mal mit. Hier komm ich auch nicht durch, oder? Ah, okay. Habe sie schafft. Guck mal, mir stehst du noch hier. Ne. Ist doch gut hier. Wer schießt denn hier ständig? Ich habe keine Ahnung. Ich habe die ganze Zeit geballert. Okay, leider konnte ich nicht sehen, wie du das gemacht hast. Na da. Da rauf stehen? Ja. Und wenn ich hier rüber springe, oder wird? Geht nicht. Also schnell reisen solltest du hier nicht, ne. Ziemlich weit weg alles. Was sind denn hier für Geräusche? Wo klebt denn hier irgendwas fest? Na hier hängt doch. Und, schau ich es? Ne. Natürlich bei dem Holz, Sven. Probier es mal an einer anderen Stelle. Warte mal. Du brauchst doch bloß aufstehen. Ich bin nicht draußen. Ne, du bist ja noch nicht mal draußen. Du bist immer noch drin. Also hier kann ich nicht rüber springen, hier. Ne, gesprungen bin ich auch nicht, ne. Ich bin schon mit dem Entengang durch. Lotogen. Okay. Ja, also schon im Liegen, ne. So wie du sonst auch immer rauskommst, Sven. Aber ich bin, glaub ich, über die blaue... ...Box bin ich raus. Wo du gesagt hast, ich stehe, danach bin ich schon auf der anderen Seite gewesen. Ach ja, hier. Guck mal her, wo ich stehe. Wo diese Leiter hier ist. Gehen wir da rüber. Da ist ne Spritze. Ich weiß nicht, ob du da schon warst. Hier? Ja, rüber springen. Ne, hier war ich noch nicht. Nice. Und ne Zitrone. Das ist ja drin. Wir essen rein. Und jetzt, geht also. Wie sehen wir ihn Ihnen? Mit der es erst mal vita ein Ist. Was dann geradeist du schon nichts Abbottes anuito? Also ich habe noch hierhin mit der Schl Krishna. Hier bei den Ohren sind zwei Stück, drei Da müsste er hinschießen Morgen was? Ja? Wo? Regen ist das jetzt? Zwei große hier Richtung hoch Schneid Sven, es schneid Schneeregen Geh ne Zeit, hier fällt gerade Schnee runter Ich seh keinen, die sind hinter dem scheiß Berg, ey, ich seh die nicht Wo seid ihr? Da ist einer Unendlich HP, nice Leck, nicht bei mir Stopp, stopp! Ne, doch Ich hab Standbild Hm, okay Kann ich mal Pause machen, ne? Aber du hast gesagt Schnee, wo gehe nix? Ja hier kam gerade was runter, ja Schneemässig manch Ähm, Playeranzeigen Ne Genau dasselbe Bild wie im OBS Bei mir läuft alles Bei mir läuft alles Ich hole mich durch das Chaos da immer weg Mal da, mal ist es weg, mal ist es da Im Stream jetzt meinst du? Ja ja, das war weil ich draußen war auf dem Desktop Achso Da wird, kriegt das Spiel, weiß ich nicht, 300FPS, weiß ich nicht Ja, dann looten wir mal, ne? Und was liegt hier noch? Gerade den roten Pump Hm, scheint weg zu sein Geht's wieder bei euch? Geht's wieder bei euch? Ok, woran lag's? Musstest du sie einfach nur nochmal aktualisieren oder? Hat sich das dann von alleine wieder geregelt? Siehst du den Schnee nicht oder ist der nur bei mir? Warte mal, komm mal kurz raus Also Flocken ja Ja, er meint ja Hier fehlt wieder der Motor Hier fehlt auch der Motor Bei dir auch? Bei mir ja, aber der da hinten nicht Und es geht schon wieder los Ja, wenn die Hälfte jetzt schon wieder weg ist dann Lol, wie das aussieht Hier ist er vor der Wallhack, ey Was ist denn? Er ist vor der Wallhack Wenn ich raus tappe Siehst du das? Im Strick? Ja, das meinte ich doch Das Haus sah, äh, oder die Baustelle hinterher hat's auch so geflackert Voll der Wallhack, ey Ging von alleine wieder, sehr schön Und siehst du ein paar Gegner? Nee Alter, wo ist denn hier? Weil von vier Waffen Nee Nee, ich bin ja mal in Kette mehr eingesammelt Nee Wir haben erst den Hammer eingesammelt Und eine Waffe die rumlack Die M4 Also nicht die M4 sondern die andere Ja, aber da lag doch noch eine Pistole oben Die hab ich da auch eingesammelt Also von der Pistole weiß ich nicht von einer pistole weiß ich tatsächlich nichts aber ich werde da sowieso noch mal gleich hoch gehen ja ich auch kann ich dir mal zeigen oder schon außerhalb des spiels also außerhalb der zone sozusagen ag4 magazin und ein automatik gewehr 5 toll dann kriegst du schon ein blaues magazin ja und dann kriegst du aber nicht die richtige waffe dafür die klima tauschen was was schönes gekriegt ja hier erweitertes magazin für das habe ich 39 von 37 du hast mehr als du haben also vom schluss herrn hatte ich 37 schuss die verplanung konnte habe ich 39 so mein zu 3 kugeln mehr 2 kugeln mehr ist aber auch schon schön ich mag es aber spiele mit schnee und so mag ich weit weiß es oder woran liegt weiß ich nicht ich mag schnee auch so generell also winter lässt sich unbedingt die kälte aber so diese schnee generell ist mag ich mag es nur nicht wenn er dann anfängt zu schmelzen mit diesem schlamm und die schulmarschen dreckig nicht so kann ja es hat natürlich die kehrseite der medaille ja so damit noch schön weißes sieht ja auch geil aus wenn er denn so schlammig wird ja stimmt gut also hier oben müssen pistole saust du ja ja hier liegt ein gewehr ja war für drei von vier steht bei mir jetzt und hier lag die pistole natürlich die pistole was ließ hier von 4 steht bei mir jetzt geht bei mir hier kommt dann sind wir hier auch fertig mit dem haus ja hier unten haben wir noch ein paar gebäude die wir gucken können dann kommen wir ja schon dahin wo wir alles klar riesig ist der der flugplatz ist echt riesig aber tode hose mal gucken wie lange noch die tode hose hier anhäschen münchen lacht sie bestimmt schon ins fäustchen und wartet nur darauf dass wir in die richtige richtung gehen oder in die richtige stelle ja 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 Vielen Dank. Zwei Kampfjets. Aber ich könnte doch die ganze Zeit hier irgendwas rumrufen, was die sind denn? Ja. Richtung O. Richtung SO sind ein Hunter und ein Tank auf jeden Fall. Hier auf dem Flugfeld steht noch ein Runner, ein Hund. Steht hier so mitten und dann Richtung O sagst du ja. Ne, da seh ich nur die Anlage. Aber nichts bewegen. Nicht dahin. Ja, da gehen wir sowieso noch hin. Hat der Hund dich entdeckt, ja. Ja. Jetzt wird er mal hingeschwindet. Ich mach mal die Eins weg. Kann mir ja merken, dass er da ist. Juhu, ne Spritze. Immerhin eine von den zwei wiederbekommen. Die ich vorhin benutzt hab. Ich glaub ich hab zwei benutzt, bin mir nicht sicher. So auf die Fresse gekriegt. Wie gesagt. Das war nicht schön. und so rein hier schön Gasflasko kommen wir nicht rein oder nicht rein oder Wir kommen immer näher, wir kommen immer näher und das schämliche Lachen wird immer größer und größer Aber es ist bestimmt unten im Bunker, nehme ich mal an. Ich glaube nicht, dass es hier draußen ist Wenn es nicht der Spunt hinter uns So wie das Spiel drauf ist, ja auf jeden Fall Von Maschine und Menschen Ich habe jetzt gerade eine neue Quest bekommen Ich habe hier eine Quest angenommen, ja Wo denn? Achso Na, so eine kleine Truhe, wenn du ein bisschen Muni haben würdest Will ich schon Hinter der Tür, ja Keine 5,5 mehr, ey Was ist denn los hier? Jetzt nur noch 7,7 Und Schatty Könnte aber auch vielleicht an der Region liegen, ne? Dass man je nach Region What the fuck Man, Zika Okay Kann sein, ja Wir sehen nicht, da kann der Mienchen vielleicht noch was sagen Ob sie da unterschiedlichen Drop Festgestellt hat Mienchen? Hast du unterschiedlichen Drop Festgestellt in unterschiedlichen Regionen Ja? Okay Dankeschön Hört ihn die ganze Zeit noch, ne? Aber Der scheint da direkt in der Base drin zu sein Und so ist er aber so ein kleiner Ding, ne? Forschungsanlage Ich gucke nochmal kurz, ob ich ihn gut sehe Kurz sagen, ähm, nein Sag mal, sind die in so einer Dings hier drinnen, ne? Ja, hier ist einer drinnen Bei mir In der Halle, ne? Ist ein Tank? Ist ein Tank, ja Oh, 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 oh Wollen wir hinlaufen? Wollen wir mal Ne, der ist gar nicht in der Halle Ne, ne, der ist halt so aus Wir hatten dort ein Endlospawn Danke, Nessa, dass du uns vorwarnst Also ein Endlospawn hat man auch schon mal gehabt, ey Das ist auch noch ein Ding Aber ich sehe hier auch keine Sirenen, ne? Wollen nur, dass mein Money besser erreicht Wo du mit Schott hier rumrenn Das tun, ey Ja, jetzt drinnen Auf jeden Fall sind die kleine Viecher drinnen Ja, ich gucke, wir müssen die kleinen Viecher töten Weil die alarmieren dann wahrscheinlich alles hier Die auch machen? Nein Wollen wir trotzdem erst den Tank, oder was? Ja Mit Granaten Reichtück Okay Okay Oh, oh, oh. What the fuck? Was scheiße, dass man die Sachen nicht werfen kann? Trinkt überhaupt nichts, wenn man die nicht werfen kann. Was bringen die überhaupt nichts, wenn die nicht in die Saal? Was bringen die überhaupt nichts, wenn die nicht in die Saal? hab ich hier ich hab doch das leder ne was war das was golden habe ich doch eine 5,5 muni wir hatten wo waren die stadt zwem weißt du das noch die war hier unten irgendwo glaube ich wo der respawn immer kam wo immer mehr kam immer mehr kam irgendwann weißt du noch wo das war ah hier hier wartet bei landgut wir sind da oben gespawnt bei den unterschlupf bei der kirche und dann runter und hier irgendwo hier drinnen oder hier draußen da ist so eine sirene und da muss nur ein einziger gegner leben nur ein einziger muss da leben der die sirene immer wieder aktiviert sozusagen und dann spawnen da unendlich viele gegner also es spawnt immer eine feste anzahl und jedes mal wenn die sirene neu startet kommen wieder eine feste anzahl die sirene startet wieder kommt wieder eine feste anzahl egal ob du die aktuellen gegner schon gekillt hast oder nicht ne und wir hatten dann irgendwann was wie viel 30 20 haben eine menge Level gemacht 1 2 Level ja war richtig das war krank also das ding hier unten ist richtig buggy hier also wenn du leveln willst geh hier hin ganz ehrlich wenn du leveln willst geh da hin auf jeden fall ist der beste ort zum leveln aber ich weiß nicht woran das liegt kann auch sein dass es einfach nur so ein skript fehler ist oder so ne so wie bei dem harvester dass das skript einfach einen fehler hat und dann aus unerfindlichen gründen zweimal die gegner spawnt genauso wie mit der sirene WTF Alter was denn hier so lauft hast du das auch ne kennst du oblivion den film mit tom cruise ne glücklich mit dieser drohne genau diese selbe geräusche aber hier ist so ein metall was sich immer ein kreis dreht gleich verursacht das ne 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 das ist auf jeden fall eine maschine die diesen krach macht das hört sich an als wäre es eine fliegende maschine die ist hier drinnen in dem lager denn kriegt ja welten machen die da auch so ne geräusche ok dafür habe ich die noch nicht häufig genug gesehen obliven habe ich tatsächlich einige male geguckt weil ich die nicht schlecht fand aber krieg der welten habe ich tatsächlich nicht so häufig gesehen keine ahnung wo es ist aber ist das unter uns der ist unter uns und wo der ist unter uns und wo ne ne das ist der Boss der uns tötet jetzt nur im rucksack alter die geräusche sind so krass aber geil krass dann rucksack ist hier nix ach so hier hinten ist nur eine kiste also ich weiß ja nicht wie das hier funktioniert mit dem aber nicht dass jetzt da einer fest hängt weißt du der dann jedes mal wieder neue gegner sparen kann oder was das kann natürlich auch sein dass das möglich ist was ist es so als wenn das finde ich richtig gestorben ist also das ist zwar drinnen war weil die ganzen kleinen fischer die sind ja auch alle drinnen tot oder die sind alle auf einen haufen und produzieren diesen sound meine ist er erst nachdem alles tot war war dieser sound vorher hast du ihn ja nicht gehört ne vorher nicht ne wenn ich schmeiße mal was raus wenn du da habe ich das folgt mich folgt mich folgt mich folgt wenn wenn 5,5 heiß dann gehen nä ich guck mal ich denke ich habe dich bei äh 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 p-geschoss ach was sowas gibt es auch sächsak das meintest du mädchen ja Mich hier nach das meintest du mp geschoss also ich würde es eigentlich viel besser finden dass du wenn du du mir journalist die kleine mp zelle schmeißen könnte es weil sie sieht jetzt nicht so aus als wenn es so super schwer wäre die kann man ja sogar werfen und die mittleren oder die großen kann man die alle werfen nur die autobatterie nicht ah und die brennstoffzellen die wahrscheinlich auch nicht oder oder kann man die ausschmeißen die nutze ich nicht ausprobieren und schmeißen kann die kann man nur cool okay alles klar wenn wir noch auf der seite also den respawn bug haben wir hier auf jeden fall schon mal nicht gekriegt so wie es aussieht aber dafür hatten wir den halt woanders gehabt und da brauchte auch nur so ein kleiner tick noch am leben sein der sich irgendwo herangeheftet hat also da waren ganz viele tics zum beispiel auch die dann einfach nur irgendwo dran kleben und da irgendwas hacken oder so und selbst davon muss eigentlich nur einer übrig bleiben und dann hast du schon diesen endlos respawn da bei der stadt ja wie gesagt wenn du ein level brauchst kann ich dir auf jeden fall empfehlen da hin zu gehen aber ich denke mal nicht dass du es noch brauchst so jetzt bin ich wahrscheinlich so häufig gestorben dass das spiel wieder einfacher geworden ist wo das spieler gesagt hat man das ist denn schon wieder für ein noob alter jetzt muss das spiel wieder leichter machen also am anfang war es echt schwer jetzt wie gesagt ordentlich auf den sack gekriegt findest du geil denn die mode ne ich auch ja mietchen üben 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 von alleine wird da nix draus wie viele modes hast du heute schon gezeichnet also wie viele pinguine ich habe nach 324 aufgehört zu zählen oh dann zeig ich mal hier oh meinst das gott auf der kiste also null hast du gezeichnet okay dann sage doch waffenkiste noch hier drinnen oder draußen draußen ich gehe mal kurz zum lager ein bisschen was abliefern schnell kann sie überhaupt schnell reisen wir brauchen einen unterschlupf zwischen vorher geht es gar nichts um zeit waren die beiden schmarrn weg das sind moni für die schon 90 schuss ausgedreht wenn wir nicht haben wird schmeiß raus so muss für dich tragen jetzt mal kurz hier hin und lagern wir alles ab ist hier so eine sirene drin best loot shooter ever aber ja okay also laut den devs soll das eigentlich gar kein loot shooter sein aber warum gibt ihr mir dann so viel zeug das ist dann shooter survival game aber ich habe mit mietche vorhin schon darüber gesprochen das spiel versucht vieles kann aber nichts so es versucht irgendwie alles zu sein aber im endeffekt ist es nix also es versucht irgendwie alles zu sein und hat von jedem ein bisschen aber nichts richtig sagen wir mal so das ist eine zeitschrift ich habe eine zeitschrift gefunden kugelfestes hemd da steht drinnen wie man ein kugelfestes hemd schneidert lag übrigens hier rum also ich habe hier mal ein lager gefunden 9 3 aber trägt noch zu viel oh nice kannst du dich jetzt auch hier her porten weil ich habe hier gerade ein lager gefunden gucke gleich die moni ist 7,9 kg ach so aber du wolltest ja nicht warten siehst du? hättest du mal eine minute gewartet dann ne? ist doch immer so kennst du doch gestern weißt du noch bist du gestorben ja im lager witzig 700 meter und nehm und zwar eine base mhm ja klärt das unter euch wo du jetzt bist ist ein unterschlupf ja ja wo ich jetzt bin ist ein unterschlupf ne hier ist nichts also musst du selber aufdenken ja ja ich hole dich jetzt aber nicht ab ne 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 komm mal kiri mal für mich autobatterie das funktioniert nicht machen wir sie weg wenn ich werfen kann dann brauche ich es nicht das blöd wenn man sie nicht werfen kann dann muss man direkt runterlaufen unter denen und so 8 x 16 zielfeuerung für präzisionsgewehre das lass ich mal flintenschock das kann weg habe ich schon schnelligkeit zuwachs eine zeit für die dnrp war trotzdem weiter irgendwann solltest du dich schon heilen mela pp was habe ich gesagt dass das spiel irgendwie alles sein will aber nichts richtig kann das habe ich gesagt ja das andere hast du geschrieben nicht ich lass mich da raus nicht Ich taste euch einfach beide, was habe ich dann jetzt damit zu tun? Das ist nicht fair. Ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Das ist deine Frau gewesen, nicht Icke? Ich habe damit nichts zu tun, lass mir aus dem Spiel. Kotte, Zelte, ESP, Elektro-Shocker, Lady-Porn, Pink. Jetzt riech mal her. Dein Pinken. Oh Gott, das sieht aus wie ein halber Deadway. 8 bis 42, was ist denn unser hier eigentlich? Oh, 8 bis 42. Haben wir auch hier eine Munitions-Dingsabumse? Nein, wir haben hier nur Recycling-Box und Nähzeug wieder. Aber kein Munitions-Päckl. Wenn die ganzen scheiß Gegner schon wieder hellen. Aus meinem Arsch. Kommt mal mit. Ich habe hier jemanden, die könnte ja abschießen. Ich kenne ein YouTube-Video. Dass eine Frau total fertig, die ein Video aufnimmt auf Englisch, die den Frauen der Welt auf jeden Fall klar machen möchte, dass wenn sie einen Taser haben und einen Vibrator, dass sie nicht dieselbe Farbe haben. Achtet darauf, Leute. Sagt sie. Passt darauf auf, dass die beiden Sachen unterschiedliche Farben haben. Ja, das ist so geil. Ich glaube, das zeigt ganz schön. Ah, fünf Millimeter voll mein Dämoni. Nö, so freu ich nicht. Ich habe keine Lust mehr hier. Kann ich gar nicht verstehen, warum. Ich gehe nämlich gerade ein bisschen abpacken hier. Kann ich gar nicht verstehen, warum. Da einfach nur meine Ruhe haben. Na jod, scheiß auf die Bäserung. Komm schon dir. Na, wir gehen da gleich wieder hoch, ne. Wir machen da weiter. Warum hast du dich erst bis ich wohin geportet? Na, weil ich hier Munition machen kann und so. Und Erste-Hilfe-Dinger. Wir machen da oben weiter, Sven. Also. Na ja, zu zweit geht ja noch. Hast du nichts an mir? Na ja, sieht schlecht aus. Sieht ganz schlecht aus. Hier bräuchtest du einfach, wo du geradeaus durchfahren, oder? Ja, zwei Stunden hast du noch. Let's go. Oh. Anstatt mit mir hier erstmal hinreißen. Nein, reißt du erstmal dahin und lässt mich wieder alleine. Mit den 20.000 Gegnern. Also einmal probiere ich das. Na, du bist doch sonst immer so... Oh. Gut. Sonst krieg ich mich immer auf die Fresse. Ich würde einfach nur dahin. Wenn mir hier 20.000 Gegner am Arsch hängen... Dann machst du irgendwas falsch. Du bist kratzig. Mietchen, sag doch auch mal was. Man kann auch laufen, das dauert aber dann... Ja, mach ruhig. Das war ja nicht so weit weg. Das ist aber so 800 Meter. Weißt du gleich, was du hast? Das ist ja ein Katzensprung. Ja. Wenn keine Gegner da sind, dann wär ich schon längst da. Und nicht zweimal gestorben wär. Ich komm nicht mal zum Essen, ey. Ich komm nicht mal zum Essen, ey. Ich komm nicht mal zum Essen, ey. Ahaha. Hier ist ein Boss... Master level 1... das ist gerade selber dann selber getötet wird nie da gibt er noch was hat er geworfen explodiert was auf das sind Hunde Sven, Sven, ich bin rüber ja komm, das schaffst du doch rüber komm ja nochmal komm, ich bin nicht klar, ich bin nicht easy siehst du ein der Phenomod ups Alter easy siehst du hast du ja so ein Ohrwurm oder weit wie ganz viele gegner ist das eine Ohrwurm wo denn Richtung NO 5, 2, 3, 4, 5 wo gehst du eigentlich hin ich geh zu Base welche Base na du hast ja gedacht hier ist eine Base ja aber nicht da hinten du bist ja nicht wo du hin gehst bei dem war doch da noch ein Rezept oder nicht ja was hat mich gesehen ich hab dich auch gesehen du kriegst besuch du kriegst besuch Aua Alter ha 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 Center Close Alter ja wieso ich sehe klick sie haben euch ha 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 nope ha 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 der marmetige Waffe wechselt eh hier ist noch einer oh ha wer liegt damit eh wollte er nicht tun anscheinend nicht der war nur lahm gelegt also zuerst einen sammelt ja okay jetzt gehen prozent schaden panzer kann ich dann nicht auch was machen ja ja ich hab ja auch noch stand festigkeit und stand festigkeit einmal genau alles klar und geht es hier weiter schon wieder irgendwas direkt unter uns ist ja er hat ja als wenn ihr irgendwas fliegt direkt unter uns und das ist genau das was ich vorhin gehört habe auch diese geräusche diese maschinengeräusche oh das ist ein ganz großer glaube ich der ist noch größer als so ein harvester und meinst du glaube ja aber warum spawnen die ich glaube wir müssen mal runter gehen oh das hört sich ein shooter das habe ich vorhin ganze zeit gehört im lager ich möchte gern mal wissen was das ist vielleicht ist das ja auch bloß ein seeker ja genau der macht so eine lauten geräusche so ein mega großen meinst du war ja man bräuchte mal so ein noclip einfach mal kurz noclip anmachen in die so kurz mal reingehen in die in die welt reingehen gucken was da unten ist vielleicht ist ja auch gar nichts wer ist es einfach nur fake aber wird schon gern mal wissen was das ist und warum spawnt er da im im boden weißt du ich weiß wer keine schokolade oder energy mir bekommt hat sie ein bisschen rumgestenkt oder was oder ist er zu sehr aufgeträgt verkackt beides hier ist nix alles nur fake hier ist immer noch da hinten im lager oder kann sein grad wieder da geräusche aus der richtung gehört hier ist ja der den du vorhin auch nicht gehört hast den habe ich aber nur da hinten gehört hier höre ich gar nix mehr doch der ist da noch was auch immer das ist der ist da noch so gern wissen was das ist doch ich doch ja aber was wird dringend wird denn wenn er im boden ist und du kannst ihn wieder angreifen er kann sich wieder bewegen er selber kann ja auch nicht angreifen weil er uns nicht sehen kann oder was auch immer wirst du ja vielleicht ist ja unter uns so eine riesengroße halle weiß es doch nicht ja dann müssen wir mal runter hin langsam vielleicht ist ja wirklich da was kann man hier so durchgucken wenn ich hier so raus tappe ne gar nicht was geht nur bei häusern anscheinend sonst hätte ich ja mal gucken können was da unten ist ich habe noch nicht in sonder gehört da hinten ist ein sammler da ist ein weil bei ein kleiner wie heißen die immer hunter das ist ein hunter und runner also läufer sozusagen auf deutsch runner sind die hunde genau das ist ein hunter und dann gibt es noch die mit den laser waffen auf dem rücken der fetten wumme das sind angeblich reaper aber vielleicht sind auch die reaper die wir gerade die ganze zeit immer hören weil normalerweise sollen reaper erst spawnen wenn spieler mindestens 25 sind weißt du weißt du weißt du weißt du schon genug schokolade heute gegessen hast meinst du oder wie internet leitung spinnt wieder leute wohnert euch nicht der sieht dich kommt noch einer der sieht die 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 aufpassen. Kurz auf K, alles klar. Klärt das mal bitte unter euch, genau. Kannst du den machen? Wollde ich sagen, ja. Die Granaten habe ich bei acht Stück. Obwohl, die hebe ich mal lieber auf, falls sie doch so nicht. Mann, du wirst da ja richtig weit weg gehen. Was werde ich getroffen, der ist aufgestanden. Wir wollen den Arsch schießen. Oh, 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 oh. Oh Mann. Es ist noch etwas anderes. Okay. Du bist doch schon tot, komm voll um. Okay. 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 Moni, 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 Moni. Nix besonderes. Da ist er. Okay. Alter, das war nicht so ein ordentlicher Schuss.. noch was getötet? ne ne? ne. ok. dann haben wir jetzt alles. 1000 xp los. na gut. ich glaube auf dem flugfeld haben wir jetzt alles gecheckt, oder? sollten alles gecheckt haben, ja. ja, dann können wir ja in den bunker rein, wa? ja, hier ist ein eingangs, ne? sofort. zwei waffen. ok, gehören also die zwei waffen zu dem untergrundbunker hier. ja. wollt ihr ne kisse, wo du rauf springen kannst, ne, wa? wenn du da hochkommst, musst du dich hinlücken. ja, wenn, ja. aber ich komme ja nicht mehr hoch. da komme ich nicht mehr raus. genau, ey. gut, ich weggeportet hast, ey. kam mir nur noch hin. und richtig lautet ja ruhig. echt jetzt? ja. hier ist doch irgendwas, was ist denn hier unten? das hört sich an wie diese drohne von oblivion her. ja. 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 ich kann es ja nicht schaffen. okay. ja. wenn da unten eine kiste sein sollte, dann lass ich die. ja. so ein 2 munitionskisten bewegt aber. hat sich nicht lohnt. für den langen weg. so ein scheißplatz oder so mitten in der so da geht es rund hier waren wir anscheinend schon dort schon alles offen dann müssen wir ja von hier ausgekommen sein ok wir haben also jetzt ein paar wege nehmen wir mal den hier den wir hier hatten der hier war gehen wir mal runter erst was ist denn das hier kraftzent sanität gut gang anga bestimmt hier zu unten kein strom also da haben wir die drei hat man noch was anderes gehabt als die drei jahre die zwei hatten wir noch irgendwo gab es war ja hier sieht es aber nicht so aus als wenn hier unten was gespawnt wäre keine strom dann gehen wir erstmal in die drei wo ich sagen oder war die hinten woher ja 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 sehr dann gehen wir hier lang gehen wir rechts rum gehen wir rechts rum gehen wir raus und dann rechts Aber ich sehe das schon. Tünen sind auch... Cheriche lohnt, wa? Also, auf zur 2. Die jetzt schon wieder haben. Irgendwo hier hinten. München ist back in the house, ihr krassen Piepel. Ihr krassen Piepel. Willkommen zurück, München. Hier haben wir die 2. Okay, so war das schon offen. Andere Seite war auch noch eine Tür. Ich habe mich hier zur Zeit, warum du so schnell rennst, aber da war ja 30% mehr geskillt, wa? Ja. Schneller laufen habe ich geskillt, ja. Und, hast du nochmal was Süßes bekommen, München? Gar nichts. Was mischt du denn dich da jetzt ein? Ist gar nichts drinne. Gar nichts. Kiste. Nur eine Kiste. Das war's. So, dann gucken wir mal weiter. Oh. Ja, und Energy. Stimmt das, Nessa? Mal kurz gucken, wo wir hinkommen. Falschhagen gekriegt beim Runterrennen, ey. Verarschen. Kommt doch warum, wenn man 30% schneller rennt. Hier ist ja gar nichts unten. Die Königin ist gnädig. Sei geil. Hier ist nix. Das ist in der tote Hose. Und wo wir mich mal doch Strom anschalten können. Ja, irgendwo schon. Warte mal. Vielleicht geht's aber auch nicht, weil wir die Quest noch nicht haben, ne? Oh, der sagt ja, wir haben ja ne Mission, aber wenn wir die Mission nicht haben, dann geht's vielleicht nicht. Noch ne Cheo? Oh, hier schon? Weiß ich nicht. Hier ist auch ein Ausgang. Na, hier ist nix. Warum nirgends wo ne Anschalte, also... Kein Strom, also wenn Strom ist, dann ist er vielleicht außerhalb, aber nicht da unten. Oh, können wir denn hier was checken? Hier sind noch Häuser, die wir noch checken könnten. Sieht aber auch aus wie... Und nur noch die Antenne. Wo ist die? Gute Frage, nix. Was mich aber auch interessiert, wie man hier rauskommt. Nix hat einen guten Vorschlag, lass mal weiter Missionen machen. Ich hab mal einen Wegpunkt gesetzt. Okay. Aber ich glaube, wir haben hier für das Respawn ja alles eh automatisch immer... Ja, oder? Der ist schon wieder hinter. Weil hinten auf dem Flugfeld ist mir auch schon wieder ein neuer Hunter und alles. Willst du? Ja. Ach nee, warte, wir müssen raus. Wir müssen aus dem Zaun raus. Du bist so, Schwanz. Ja, Mietchen, machen wir mal. Lass mal mehr Missionen machen. Weil wir kommen wahrscheinlich eh zu den ganzen Orten über die Missionen, früher oder später. Welche machen wir denn jetzt hier, Gesamtverteidigung? Ich will erst mal nur zur Eins kurz da weitermachen und dann gehen wir weiter hoch. Also Hauptmissionen machen wir dann weiter. Ich will nur kurz die Blaue da hinten machen, weil die gerade so mehr oder weniger auf dem Weg liegt. Go, go, go! Siehst du, dass meine Zahl immer größer wird? Also die Entfernung immer mehr? Ja. 30 Prozent. Du rennst aber hoch, oder? Na ja. Mit null Ausdauer. So krass, ja. Geht schnell weg, ja. Ich renne ja auch ohne Ausdauer. Aber ich wusste nicht, dass es so krass ist. Dass man so schnell Meter macht. Vor allem, man kann ja sogar noch rückwärts laufen. Dieses Spiel ist so kaputt. Hatte ich vielleicht auch mal scanne, ne? Schneller laufen? Ja. Ja, glaube ich nicht verkehrt, ja. Bestimmt besser ausweichen, nur und so. Kannst du ja so schon ganz gut ausweichen. Und wenn du dann die 30 Prozent hast, dann bist du ja noch besser am Ausweichen nehmen. Nee, lass mal, lass mal. Also, standfest und geschlagt. Die Punkte kann man aber nicht zurücksetzen, oder? Nee, leider nicht. Haben auch schon welche gefragt, von wegen, dass, wie es denn wäre, dass man vielleicht, wenn man ein Maxlevel erreicht hat, oder so, dass man dann, weiß ich nicht, so Coo-Dawn-mäßig das vielleicht machen kann, oder so. Also, du würdest dann gerne erst mal den Feldzugplan machen, oder Praxistest. Praxistest wäre ja auch gleich in der Nähe, ne? Ein Kilometer. Kann man auch machen. Praxistest. Ja, mal kurz die Mai-Mission aus, und dann Praxistest. Praxistest an, so. Das haben wir gegen Stand aufgehoben. Wann, wo? Dann bei mir. Schon was auch gehoben? No. Ich habe nichts aufgehoben, nee. Ich habe nichts aufgehoben. Ich habe nichts aufgehoben. Ja, ich habe nichts aufgehoben. Noch mehr, oder? Ich habe doch noch etwas. Wo ist es denn da? ich hab ja schon erst wie ein sammler plattmann ich hab ja schon gute zeug gesammelt ich hab ja schon eine Nix oder so ein Buni ich laufe ja auch die ganze zeit im kreis ich laufe die ganze zeit im kreis trotzdem treffen sie mich ohne ende macht genau das gleiche wie du aber nicht treffen sie wieder ich mach mal schnell die station kaputt wir haben auch vorhin gesucht oder ja ich hab auch eine meldung gekriegt dass hier unten ist hörst du auch überall diese geräusche die maschinen geräusche ja richtung n zum beispiel weiter die waffe streut so übel auf der entfernung noch er hat dich getroffen ja komischerweise doch jetzt hat er mich getroffen ein 20 erp wir sollen es einfach töten hat die mädchen gesagt und nicht rumspielen aber warum soll ich die da drüben töten ich komme da sowieso nicht hin die sind hinter dem zaun warum soll ich das töten alter das hat ihr hört da drüben also da drüben ist auch irgendwas was so einen komischen sound macht können wir mal gucken gehen vielleicht sieht man das ja sogar er schweigt zu weit weg irgendwie in die richtung richtung ist irgendwas was dieser diesen tiefen sound gemacht hat der war zu schaffen der war zu schaffen Ist es vielleicht doch der Sieger der den Sound macht? Lass ihn mal leben. Mal gucken. Ja, ist doch gut. Ist gut. Oh, Snow oder kann ich ihn töten? So, kannst du ruhig töten, ja. So, kannst du ruhig töten? Ach, keine Ahnung was diese komischen Geräusche macht. Vielleicht kann das jede Maschine... Wer weiß, keine Ahnung. Ha! Hm. Ja, oder vielleicht ist es halt doch ein Reaper oder so, aber die... Ja. Oder vielleicht ist es ein Reaper, ne? Was hat der denn da auf dem Rücken? Ja, und so ne... ne Flüssigkeit? Ja, Gas oder ein Reaper. Wie weit ich mich getroffen? Bin radioaktiv verstrahlt! Ach so! Ja, die Aktivität! Ja, geil! Die Schädel... Nein, die Schädel sind auch... Ja, die Schädel... Ja, die Schädel... Sven leuchtet im Dunkeln! Genau! Ja... Der Kleene ist schon... Die kann man nicht löten, oder? Die ganz Kleinen? Die Ticks? Ne, die kannst du nicht löten. Die... Oh, ohne mit Stammwärfe oder was? Ja, die ja alles haben... Äh... Endlich kriegt man nicht alles ab, ey! Endlich kriegt man nicht alles ab, ey! Endlich kriegt man nicht alles ab, ey! Und dafür gibt es nur 240 XP, ey! Für die ganze Action hier! Für die ganze Action hier! Nolila, eine Waffe! Was ist das? Hier, in dem Typen! Manfred, gefeiert das! Was ist das? Ich habe hier keine Waffe! Nein! Im Typen! Ne? Bei dir nicht? Ne! Ich habe bekommen eine lilane Waffe! Und zwar die KVM 89! Ein leichtes Maschinengewehr ich gekriegt! 5,56 Millimeter benutzt die! Ja! WTF! Sieht sich sehr komisch an! Laut, oder was? Laut, ja! Weg mal, geht's jetzt aus! Ist das die? Ne! Kennst du M42? Kann sein, ja! Der Name sagt mir jetzt nix, aber... Ja, oder kennst du Counter-Strike? Die Para? Ne! Okay! Okay! Kennst du die M4? Die M16? AK! Ich zeig dir mal ein Bild! Moment! Ja! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Nix! Du kannst dich nicht! Dann bin ich nicht! Und dann ist das ein Bild! Ja, ich weiß nicht, wie gut hier ist, Mädchen, was hast du, wie gut ist die Para? Ich meine, 40 Schuss ist wirklich ein Witz. Die Para. Jetzt haben wir mal was aufgehoben, ja, Festgegenstand. Mit mehr Muni ist die gut. Bei Counter-Strike, wenn du die Waffe kaufst, die hat ja automatisch 100 Schussmagazin. Ich weiß nicht, warum die hier bloß 40 hat. Hier ist nichts weiter, oder? Ja, nur die Autos mit irgendwelchen Rucksäcken und Kisten. Hier liegt noch eine Kiste mit Muni. Hier liegt noch eine Kiste mit Muni auf dem Auto. Aber ansonsten würde ich auch sagen, ne, hier ist nicht wirklich viel. Hier irgendwann könnte vielleicht noch was sein, ja. Hier sind noch ein paar Kisten. Gehen wir mal zur Quest, oder was? Ja. Hier liegt noch ein paar Gegner. Ja. 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 Ja, die ich hab da jetzt noch was bekommen. Ja. Ich hab nur mitgekriegt, dass das ist eine KI ist. Die dafür gemacht ist, oder sie erzählt zumindest so von wegen, dass sie gemacht ist, um etwas zu sein also sozusagen wie so ein eigenes bewusstsein weißt du das habe ich verstanden und dann haben halt noch die anderen mpcs gequatscht aber das habe ich dann nicht mehr verstanden weil zu viel geballert ich muss irgendwie nachlesen oder so ja zurück zur fluchtburg oder was gucken was wir da von der folge quest bekommen schnief ja ja Die ist neu, die hatte ich noch nicht. Aber ja, mit so wenig Munition bringt die glaube ich nichts. Die ist neu, die ist neu, die ist neu. Die ist neu, die ist neu, die ist neu, die ist neu. Ist schon mal passiert...? Ich weiß dich nicht. Wir sollten den Bus hier zurück oder? Ich geh rum jetzt. Ich geh gerade in der Burg. Achso. Hier liegt der Lot. Dank mir. Machen wir mal mit mir, was? Jo. Ach hier ist die Muni Station. Ah. Hier hast du ja doch alles. Wo sind die Landen? Wo bist du? Ach da ganz oben. Hier hast du auch eine Muni Station, sehe ich. Ich? Sie ist nicht drinnen, sondern nur draußen. Aber... Weiter. Angekriegt? Schaden? Ja. Ich hab einen Schaden gekriegt. Ja. Ich hab einen Schaden, aber nicht gekriegt habe ich nicht. Da sitzt einer drinnen. Ich sehe die Umrandung. Kalle. Kalle. Warte auf den Cluster. Warte auf den Cluster. Take care everyone. I'll provide recon from home base. It really is home, isn't it? It's something worth fighting for. Warte auf den Cluster. Wo wir mitfahren? Dürfen wir ja nicht. Wir sollen ihm folgen. Really? Wird er uns mitten im Wischen... ne... laufen. Wäre wahrscheinlich zu Buggy gewesen. Wird er da hoch springen? Nee, wahr. Ich bin zu langsam. Wird er da hoch springen? Wir müssen ihn festhalten. Hier. Den wir und dann halten wir uns fest. Wie die Müllmänner. What the fuck? Äh... Okay. Was ist... Was... Was tut es jetzt? Keine Ahnung. Du hast jetzt voll zu der Seite gestrungen, ey. Da, schon wieder. Wie so ein Matchbox-Auto. Nice. Ich fahr jetzt mit. Hey. Bewegen. Ich muss jetzt hochscannen, ey. Du kotzt mich grad so an, ne? Ja. Also ich fahr jetzt mit. Mit dem. Ich drück hier nur vorne gegen dem... Gegen das Auto sozusagen. Alter, da vorne sind ganz viele Gegner. Wird ja schon platt machen. Wir fahren. Moin. Ich weiß nicht für ein Scheiß Auto. Ich weiß nicht für ein Scheiß Auto, wenn man hier auch noch selber was... Schieber, anstatt er die einfach über die Pferde. Meine Rede! Meine Rede! So hab ich das hier alles zusammengebaut. Echtmal. So, fertig. Das war großartig. Dankeschön für den Weg. Wir hoffen, dass wir nicht mehr von uns kommen. In der Navy. Danke für den Tipp, München. Das war großartig. 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 Ich kann es nicht so gut rammen, ohne die C4 zu verabschieden. Was Grusel kann ich nicht rammen? Ist überhaupt mal was gerammt? Ja, nichts hast. Hey, bleib in der Nähe. Ja, okay. Ich kann das Tor... Weiß auch doch dann. Was ist das? So schlecht kann ich doch gar nicht sein. Was mit mir passiert, ja, das frage ich mich auch. Oder was mit dem Auto passiert, ja. Mal gucken. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wie haaa! Guck mal, wo ich bin, Sven. So. Ich muss die ganze Zeit vorwärts drücken, sonst falle ich runter. Okay. Aber wie bist du da hochgekommen? Vorne. Über diese Schiene. Okay. Und dann sozusagen über die Scheibe. Guck mal, ob ich schaffe. Oder ob ich ein ganz großer Tank. Wenn er bestimmt, dass wir ihn kaputt... Ich nehme mal an, ja. Der hat ja gelbe Kabel. Na, der hat Feuerschuss. Really? Na, die Strift kriegst du vorher schauen. Na, die Strift kriegst du vorher schauen. Wogegen hab ich geworfen. Da war doch nix. Alter, was ist hier los? Was? Also laut der Anzeige habe ich gerade Schaden von hinten bekommen. Ich drehe mich um, da ist nix. Ich stehe aber auch nicht. Nachdem ich geworfen. Ja, ich habe das. Dイent. Dähne ich zu dem, von hinten zu überhalten. Jetzt zuhören. Dähne ich zu. das dauert aber auch teilweise echt lange bis der mal seine Waffen wechselt was? wer wolle hat denn da auf mich? Revolution Errungenschaft bekommen oh alter 54 titan ne krass und das ist nur Schrott was? 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 so buggy ich bin wegen deiner 30% schneller rennen weil ich konnte den nicht und den nicht irgendwie wegschubsen ich bin jetzt ganz vorne drauf ne vor der Scheibe wo würde ich überhaupt hin? bis ganz nach unten? oder was? what the fuck man was hast du getan? wie er durch die Bonnur fährt naja sonst ist aber auch ok so ich bleib einfach hier so stehen und lauf so ein bisschen mit machst du nicht gerade auf der anderen Seite? so dann bin ich nach vorne wieder hacken ist krass oder? dass die das geschafft haben dass er sich immer wieder fangen kann ja ich war jetzt auch sehr überrascht alter warum müssen wir eigentlich die ganze scheiße machen? warum hilft der nicht mal mit ey? gut wo ist denn hier weit? ich sehe hier nicht kommen noch mehr wo ist denn hier weit? hallo nachladen oh alter wo seid ihr? was macht denn hier davon der Null der Kaste der Kaste der Kaste der Kaste der Kaste Quiddatt gut der Kaste da ist das Gefühl die Panzerbrecher Die Muni bringt nichts bei dem Claimers. Das sind doch die Hunter, die diese Geräusche machen. Habe ich jetzt aber auch gehört, ne? Ja, das sind die Hunter. Naja, die ist nicht richtig gestorben da, deswegen macht er immer noch die Geräusche. Also da an diesem Turm hier, den letzten, den wir da umgebracht haben, da an dem Turm. Ja. Seine Geräusche leben immer noch, also der macht immer noch die Geräusche. Geräusche. So an sich ist er ja gestorben, aber... Die Wolke ist jetzt lila. Da habe ich richtig gesehen. Bei mir war sie grün. Gott, was ist denn das hier für eine Scheiße? Jetzt kannst du ganz gut auf ihn ballern, glaube ich. Das ist weg, ja. Ja, die habe ich niedergekriegt. Wen? Bei den einen Hunter vorhin, die wir gekillt haben. Ja, das ist der Hunter, der die Geräusche macht. Also ein toter Hunter macht die Geräusche. Aber ich muss sagen, Hut ab, dass wie du ja selber schon gesagt hast, dass der Lkw sich immer wieder fängt, das muss man auch erst mal programmieren. Dass der immer wieder zurück zur Bahn läuft und so. Also bei Bethesda Games hätte er schon längst den Geist aufgegeben. Ja. Aus dem Kampf geflogen. Das Spiel denkt, der lebt immer noch. Oder was? Let's go. Eww. Das läuft schon wieder los. Ja, ja. Drei Waffen gibt es hier. Wahrscheinlich irgendwas Schrott. Ja, die rennen ja nicht weg, die Waffen. Wenn wir sind Himmler? Nee, im Tank. Flatt machen, oder was? Der fährt hier einfach weiter. Du hörst, was ich... was ich sage? Oh, deine Seite. Jo. Versteck dich ruhig. Pakete! Oh. 53, erste Hilfe! 53 haste! Ich hatte vorhin 130, jetzt zeig ich noch 64. Ich hab nur noch eins. Ich muss mal wieder was nachsehen. Na guck mal hier haben wir doch einen Unterschluck, oder? Geht der hier lang? Kann der ruhig mal kurz stehen bleiben, Kollege. Ich finde einen Ersatzreifen, ach wir sollen hier sowieso stehen bleiben anscheinend. Aber coole Mission bisher, oder? Ja, ist ein bisschen schwierig, geb ich zu. Ist doch ansonsten eigentlich schon ziemlich cool. Oder was sagt ihr da draußen? Coole Mission, oder? Könnte besser sein. Ja. 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 Wo hast du denn jetzt deine richtige Muni mit? Habe ich hier... Wollmantel habe ich bei. Ich dachte du wolltest hier Dings haben, ähm. Müsste ich aber welche herstellen. Nur die Kiste hier? Nee, hier ist... Kann ich aber ohne was herstellen, ne? Ist keine Muni Station. Nessa hat die Franker Face Emotes entdeckt. Nessa hat die Franker Face Emotes entdeckt. Wie gesagt, ihr könnt auch über Franker Face wieder Twitch-TV anmachen. Also die Emotes. Dann braucht ihr nicht beide an uns. Weicht zum Beispiel, wenn ihr einen Adern habt. Nee, Panzerbrechende kannst du nicht herstellen, weil wir die das Rezept noch nicht haben. Nee. Wollmantel habe ich bei. Und Panzerbrechende würdest du nicht bei haben, oder? Kann ich gar nicht. Müsste aber ganz gerne mal Medizin herstellen. Ist hier aber gut. Panzerbrechende. 967. Schlimmantel. Holy shit. Was ist los? Ich bin top. Das ist los. Ich bin fisch mit Blut. Waffen. 2 von 2. Bei der Kirche, ja? Was zurück. Komm nicht zurück. Komm nie wieder zurück. Der hat angegriffen, da gibt es Ziele Klaue Waffe Ich habe mir von da angezeigt Komisch Oh, die ist gerade von mir ab Ja Ja Die ist wirklich lang Die Mission ist wirklich lang Ja Da gebe ich auf jeden Fall recht Den haben sie sogar schon ein bisschen kaputt gemacht, da? Guck mal Ja Die Hälfte hier fehlt ja schon an der Seite Hier fehlt ja fast alles schon vorne Wo? So Leicht so gewollt Erreiche Phoenix Kernanlage Mach mir jetzt schon Phoenix platt Ich glaube das kommt jetzt später Wenn ich Sven jetzt mal schön weggedrückt hatte Was ist hinter mir? Ja 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 Möck mich am Arsch eh Der Ode ist kaputt Ja 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 Haha Okay Das ist nur noch der Tank? Ja Ja Noch einen Seeker Ich höre noch einen Seeker Ja Ja Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ah, fuck you, Wade. Oh, fuck you. Habt ihr den zusammen gemacht oder habt ihr den alleine gemacht? Ja, genau. Triff doch noch besser, du. Oh, das ist ein Blitzbäumscher. Hallo, looten, looten, looten. Ihr seid so anders lang gelaufen. Ihr habt das Auto in den Stich gelassen oder ist das Auto woanders lang? Was ist denn ein PVG Magazin? Ach, das Scharfschützengewehr. Habe ich Gold bekommen, Sven? Nice, ich hab nur Schrott, ich hab nur Muni. Wie das Auto wieder hier steht, ist ja kaputt gegangen. Naja, aber die Quest muss ja noch weitergehen. Die wollen, dass wir das beenden, also. Haben sie uns ein neues Auto hingestellt. Oh. Was? Okay. Also, Läser und Mienchen, die mussten auf die rechte Seite der Map. Hier unten? Hier? Oder seid ihr hier oben lang? Also, ist der Kern immer woanders, oder was? Zentralen Nervensystem, vielleicht will er ja da hin. Bruchsicherheitsgefängnis. Datenzentrum. Ey, ich hoffe nicht, dass wir bis zum Datenzentrum müssen, Alter. Boah, der kann aber sehr lang. Und ganz vielen Gegner. Generatoren. Da sind wir schon vorbei. Datenzentrum. Muss um gucken, ob ich hier, was hier stehen kann. Wir haben die Mission so weiter nie begonnen. Ach, ihr kennt die Mission gar nicht, oder was? Ah, so. So. Ah, so. Oh, so. Are you ready? Moment, gucken ob hier eine Waffe um ist. Das ist doch 2 von 2 oder nicht? Oh, wir wollen ja schon mal hin. Ach seh, bei der Werkstatt ist es 2 von 2. Bei der Kirche weiß ich nicht. Ich glaube es ist gar nichts. Es ist nur Sammelgegenstand und eine Mission steht hier. Ja, wer weiß, wo der Sammelgegenstand ist? Wenn wir näher kommen wird, Fenix wird uns mit allem geholfen. Wenn ich dann nochmal was Goldenes kriege, habe ich kein Problem mehr. Das wird wirklich noch lustig. Auf der rechten Seite der Map meinst du? Ja, ich bin gespannt. Wir kriegen ja so schön auf den Sack. Wir sind wieder runter. Eure Mission? Ah ok. Ja, es hat eine KI, ne? Siehst du, was sieht doch. Vielleicht ist es doch so wie so Skynet Missy, so Computer Virus, weißt du? Ja. Wir müssen mal zerstören, würde ich sagen. Ja. Zustand des Lasters. Achso. Sicheriert das die AP. Haha. Vorher nie, nie drauf geachtet auf die AP-Leiste vom Laster. Ja, dann Treffer halt nicht spielen, ist okay. Ja, wenn du mal mitballern würdest. Ach schon, ey. Aber sowas hast du ja gepisst, ne? Also, APCs auch noch rummeckern, weil du weg abhaust. Aber dass die hier nicht sehen, dass du die ganze Zeit rumfightest, ne? Hallo, Waffe wechseln. Guck dir die Schwache. Oh, er hat mal was überfahren. Warte, er kann was überfahren. Kann ich überhaupt fahren? Noch mehr runter. Ja. Meine fucking Code-Prinke. Nein, hast du die kaputt gemacht, oder was? Nee, eigentlich nicht. Guck gleich mal. Ich komm grad nicht dazu. Boah, wie weit ist denn das noch? Boah. Es wird ja immer mehr hier. Wir sind da, wenn wir da sind. Ich mach die jetzt nicht. Ich ruf einfach mit. Jaja, links oben in der Ecke. Siehst du die Leiste? Jupp. Wenn die auf Null ist, letzter Checkpoint. Also wahrscheinlich wieder bei der Kröte. Also wahrscheinlich wieder bei der Kröte. Ja, die Wichser. Schluck. Schluck. Man lauf. Kannst du auch beim Laufen nachladen. Auf geht's. Runter. Lauf doch mal. Lauf doch mal. Lad doch mal schneller nach. Meine Fresse, du kannst doch nicht so lange brauchen, um eine scheiß Spruchwinte nachzuladen. Fritz, sonst stirbt, Mann. Ich seh nix. Eins, zwei, drei, vier. Los geht's. Weiter. Ja. Baller auf mich. Die wird ja ne scheiß Gifte. Hallo. Versuchen. Okay. Ist ja noch irgendwas? Ich hör gerade nix. Nehmen wir mal nicht. Nein. Holy shit. Ich hau ihn davon jetzt noch sieben Stück. So, wie schaut es aus? Wollen wir mal weiter oder weit? Werdt. Und nicht mehr lange durchhalten. Danke, Minzchen. Ich kann dir noch kleine geben, ein paar. Ja, wenn du hast. Ich finde hier irgendwie auch nichts mehr. Mehr kann ich dir leider nicht geben, mehr habe ich nicht bei. Nee, reicht. Ich werde es auf den Lipps-Side gewidt, Minzchen. Okay. Geht noch. weh, den Lüms Ich bin die Evolv-Version von dir, und du ständig spürst mich immer zu größeren Halt. Aber im Endeffekt, du kannst nicht immer noch lange dauern. Ach, hier ist eine Superkanone. Wer hat auf uns geschossen? Guck dir an das Riesendingi. Warum? Das ist wie ein Panzer oder sowas, ne? Das Ding hat Rollen, ein Motor anscheinend. Level ab. Armbewegung. Lauf-Tempo ist nicht schlecht. Wurde ich erstmal die anderen zwei machen. So schön gespawnt, ja? Natürlich. Genau, jetzt mal schön den Schaden gekriegt. Beim Runterfallen, oder was? Ja, ein Meter. Wenn der Überlebende speziell sehr tief ist, kannst du dich einmal pro Kampf wiederbelegen ohne eine... Einmal pro Kampf wiederbelegen. Ja? Der Weg ist klar. Geh die Bomben woher sie müssen und run. Wir haben nicht Zeit. Was? Was sagst du, Keller? Nein? Ich mache das. Ich muss das. Ich muss das. Es ist das. Oder es gewinnen. Es wird das. Es wird das. Es wird das. Ich möchte wieder Freddy sehen. Es war es ihm, was ich für das ganze Zeit. Nein, Kalle. Es muss noch ein weiterer Weg sein. Nicht für mich. Das Blast hat mich gut gemacht. Ich war niemals von hier raus. Aber was werde ich sagen, die anderen dann? Ich sage ihnen, dass ich galt. Es hat Spaß gemacht. Genau? Du hast das rausgegen, Peut, Everything. Ich bin immer wieder le Ścutisto, Des Blast. Du bist dir hier. Die brightestere Waffe in meinem Arsenal weg ist. Und jetzt, ich bin noch hier. Mal wieder, deine Aktionen sind letztendlich futile. One day... One day, ich werde dich finden. Und ich werde alle Kode in deinem Körper entfernen. Du kannst mich so viele Male wie du möchtest. Aber ich werde wieder zurückgehen. 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 Ich werde zurückgehen. Ich werde wieder zurückgehen. Hold'em up. 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 Hold'em up.